Hallo, ich bin Rita Prinz. Ich bin Krankenschwester hier in Goslar in den Asklepius-Harz-Kliniken. Das schon seit 43 Jahren und immer noch gerne hier. Ich bin auf der Gynäkologisch-Geburtshilflichen Abteilung tätig, bin dort als stellvertretende Stationsleitung und als Rest-Kern-Hörst tätig. Ich kann mir auch gar nichts anderes vorstellen. Es war immer das, was ich machen wollte und ich kann nur sagen, jeder der Lust hat, es ist so ein toller Beruf, es ist ein vielseitiger Beruf. Wir tragen viel Verantwortung, aber wir haben auch viel Freude dabei. Wir bekommen von unseren Patienten unglaublich viel Schönes zurück und das macht diesen Beruf einfach auch aus, dass wir nicht nur geben, sondern auch sehr, sehr viel zurückbekommen. Ich würde mich freuen, wenn das für viele sehr ansprechend wäre und ihr überlegt, ja, das wäre vielleicht auch ein Beruf für mich. Schaut einfach mal rein, es macht wirklich unglaublich Spaß. Bis auf irgendwann mal. Tschüss. Ich bin Cindy Blumenberg. Ich bin 27 Jahre und bin die Stationsleitung der Unfallchirurgischen Station. Ich übernehme gern Verantwortung, werde gern gefördert und bin deshalb Mitglied der Asklepius-Kliniken in Goslar. Wenn du auch ein Teil unserer Station oder unserer Klinik sein möchtest, dann bewirb dich und wir freuen uns auf dich. Bis bald. Ich arbeite als Stationsleitung im Krankenhaus Goslar auf der Onkologischen Station. Mein Arbeitsalltag ist mit vielen Herausforderungen gespickt, die ich gerne annehme. Ich arbeite gern im Team und übernehme für mein Team und für mich Verantwortung. Wenn du auch zu uns kommen willst, dann bist du herzlich willkommen. Und ich arbeite gerne in der Notaufnahme, weil wir ein junges, tolles Team sind, was gut aufeinander aufpasst, bei mir mein Arbeitgeber, gute medizinische Geräte zur Verfügung stellen und weitläufige Untersuchungsräume. Ich arbeite bei Asklepius-Sesen als medizinische Fachangestellte in der Notaufnahme und mache dies gerne, weil wir ein super Team sind. Wenn du Lust hast, in einem jungen, freundlichen Team zu arbeiten, dann bewirb dich bei uns. Achtung zur Verfügung Bärs Achtung Achtung Untertitelung des ZDF, 2020